Hey meine lieben Freunde aus dem Internet, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Minecraft auf der PS4 und ja, heute griefen wir mal wieder ein bisschen, ich glaube trollen, ne? Trollen wir mal wieder ein bisschen jemand. Wir haben mal wieder jemand Neues mit dabei, okay, Herr Thomas, da kommen wir mal hin, Herr Thomas. Ja, so und wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch mal ein Like da, so weiß ich, dass es euch gefallen hat und ich davon noch mehr machen kann. Ja, und wenn wir 15 Likes auf diesem Video schaffen, dann werde ich nächste Woche wieder ein neues Video bringen. Ich kann leider nur einmal die Woche ungefähr so ein Video bringen, weil wenn nicht so viele Leute... Was? Wie schnell hast du das gemacht? Okay, da fängt er schon an zu reden. Hä? Achso, du musst die Bäume nicht... Ich dachte, du musst die Bäume einzeln machen. Wenn ihr die Stadt noch nicht gesehen habt, wir haben schon ein paar Videos gemacht, was wir so alles gebaut haben. Ja, so einzeln Sonnenbäumen. So, wir gucken uns den mal an. Der Herr Thomas arbeitet hier. Sein Kollege da drüben. Ja, und wenn wir 15 Likes schaffen, dann bringe ich noch ein Video raus und leider erst mal nur einmal in der Woche, weil ich die letzten Wochen keine Zeit hatte, da kann ich nur ein Video hochstellen pro Tag. Also eine GTA Online Folge und jetzt versuche ich wieder ein bisschen mehr zu bringen, da ich auch nächste Woche Urlaub habe. Dann mache ich auch den GTA Film und ja, erst mal gucken wir mal. Machen wir hier so ein Loch rein. Mal sehen, ob ihnen das auffällt. Wir wollen die Leute ja nicht ganz verärgern. So ein bisschen briefen, mal gucken. So, merkt ihr das? Oder nicht? Wo gibt's Türen? Machen wir mal einen anderen Stein da rein. Ey. So, mal sehen, ob ihnen das auffällt. Ja, reden wir mal darüber, über Videos. Über Minecraft Videos. Demnächst kommt dann, versuche ich vielleicht zwei rauszubringen in der Woche. Immer ein bisschen mehr, weil wir haben nicht so viele Leute und woanders reinzukommen, ist ein bisschen schwierig. Außer auf dem PC, das ist einfach, aber da muss man seinen eigenen Server haben und halt, ja. Aber so woanders reinzugehen, da kann man kaum was kaputt machen. Manchmal haben die ja so eingestellt, nur, ähm, ja, das heilt, dass man nichts kaputt machen kann und nicht unsichtbar sein kann manchmal. Das ist ein bisschen blöd. Mal gucken, was er so macht. Was macht er denn jetzt? Okay. Okay, er guckt jetzt. Wie kommt der Stein denn da jetzt hin? Was ist das denn? Wo geht denn jetzt hin? Thomas, wo gehst du hin? Du fliegst an dauernden Sachen. Huch. Was machst du denn da? Ja, der kann dir nicht helfen. Du machst das alles zum ersten Mal hier. Aber du hast schon sehr gute Ideen. Schön machst du das. Sehr schön. Ja, wie kommt der Stein denn da jetzt hin? Du bist überfragt. Das habe ich da vorne kaputt gemacht. Aber ich mache nicht so viel kaputt, dass sie sich nicht verärgern, dass nicht alles kaputt ist. Nur, dass sie sich überfragt fühlen. Und denken, hä, was ist denn jetzt los? Ach, der büht die Türen aus. Mann, was soll ich für eine Türe nehmen? So, machen wir ein Schildchen. Ähm. Netzwerkfiler. Oh, warte mal. Oh, mal. Netzwerkfiler. Fiel. Äh, ja. Ja. Bitte. Wieder. Wiederholen. Oh, das passt nicht mehr. Ey, wo gibt's nochmal die Blöcke, wilde Nachtleuchte? Wie, das weiß ich nicht. Musst du selber gucken. Ich kann nicht mit dir reden. Lopper. Wieder. Oh, Mann. Wo denn? Ich glaub mit ein I, ne? Äh, ein I wiederholen. Sieh. Den. Vorgang. Punkt. Eier. Mal sehen, ob der überfragt ist. Was macht der denn da? Er wundert sich nicht, weil alles für ihn neu ist. Und das ein wenig komisch ist. Hä? Jetzt geht's los. Leute. Leute. Das sind schwarze Schafe. Die kennst du nur nicht. Die sind unsichtbar. Die machen alles kaputt. Die machen nur Löcher rein, wo man sich wundert. Wunder dich nicht, bitte. Ja, guck doch mal. Die Tür ist aufgegangen. Da, geh mal rein da. Junge, geh mal rein. Da steht was. Guck doch mal. Loll, hab ich vergessen. Da lesen, bitte. Wunder dich nicht. Da kommt wieder ein Loch kaputt. Das hast du selber gemacht, das Loch. Keine Sorge, ich verärgere dich nicht. Du sollst dich nur wundern, was da passiert. Okay. Nice. Guck mal her, guck mal her. Da, 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 musst du gucken. Nice. Wo, wo gehst du hin? Was macht der denn, ja? Jetzt im Wasser. Nice, der, für ihn ist das alles neu. Okay. Guck mal her, hier. Was machst du denn da jetzt? Haben wir so ein Fenster rein? Ah, da vorne ist das Schild. Da musst du gucken. Eins, zwei, drei, vier. Drei, drei, vier. Lopa, guckt. Interessant. Wie hab ich das hier gemacht? Da musst du gucken. Schild, Schild lesen. Loll, ich hatte einen Netzabfehler. Loll, ich hatte einen Netzabfehler. Warte, mach mal noch ein Schild hin. Ja, pass auf. Warte. Ähm, weiß. Leider ist... Der... Vorgang... Vorgang... Hä, hab ich ja... Hä? Glück. Hab ich ja auch vergessen. Missglück. Aber ich muss besser aufpassen. Äh... Wie macht man das über der Türe? Punkt. Hat er jetzt gemerkt, oder nicht? Nichts... Nichts... Leider ist der Vorgang des Glück. Nichts fehlt. Punkt. Was? Wo bist du? Warte. Mehr im Pool. Ähm... Hast du das gebaut? Ah, danke. Aber kannst du den hier... weiter hierher bauen? Wenn du so Tipps habt, dann schreibt die in den Kommentaren rein. Was man so reinschreiben kann. In welchen kleinen Schildern. Hier am besten. Ähm... Hä, ich halte die ganze Zeit ein Netzwerkfehler. Ist das normal bei Minecraft? Nein, nein, doch nicht. Jetzt habe ich... Hä, das stimmt nicht. Hier ist er. Durch. Autsch! Oh. Ähm... Ja, passt nicht mehr. Warum? Ah, okay. Anleitung. Was ziehe du? Hast du irgendwas mit mir zur Quelle in der Halslinge getan? Nein! Scheiße. Ja, ich habe es weggetan. Bitte. Lesen. Nein! Ey, ich habe mein Haus neben McDonalds. Kann ich hier mit McDonalds gehen? Sie... Die... Ach, ich schreibe da doch noch groß. Sie... Die... Ja, du brauchst sowieso viel. Mine... Mine... Kraft... Anleitung... Anleitung... Durch... Punkt. Passt nicht mehr. Schade. Wo ist er denn jetzt? Lesen. Lesen. Hallo, Vion. Wie kann man eigentlich... Ey, der Haustüre... Auch was drüber bauen? Muss ich nochmal die Tür... Glaub ich, abbauen, oder? Null. Mein Tür geht einfach auf. Hä? Nein. Hier, guck. Hä? Warum kommt hier mein Schild? Bitte lesen Sie die Minecraft-Anleitung-Buch. Habe ich schon. Hä? Was ist das? Okay, also... Nee, Mist. Ein Schild noch? Haben... Sie... Spaß... Dann... Mh... Fuck. Aha, beim... Bauern. Nein. Ich wohne nicht in Deutschland. Österreich. Nein, das heißt bei uns Hofe. Mach mal. Versuchen. Hey! Fressen, dass die Hasen oder was? Sie sind die ganze Zeit Löcher in meinem... ...Gras. Schon wieder. Als ob der Hasen... Ah, Maulwürfe. Gibt's Maulwürfe in dem Spiel? Oh, noch mehr in Tafeln. Oh, eine neue Überraschung. Ah, nein. Lust, lest das durch. Hansi, Spaß beim Bauen. Fun. Wer schreibt mir hier die ganze Zeit? Okay, das war's für das Video erstmal. Nein, 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 Klapper. Und... Wo ist mein Klapper? Nein, ich hab kein Klapper. Wenn ihr euch... Ähm... Ähm... Wenn ihr mehr sehen wollt, dann... Schmeißt ein Like drauf. Dann kriegt ihr ja demnächst noch mehr Videos davon. 15 Likes gibt's noch ein neues Video. Wo gibt's so eine Tafel, weißt du das? Aber dauert immer so ein paar Tage und dann... Ja, kriegt ihr noch eins. Und... Ja, tschüss, Herr Thomas. Und die Auflösung wollt ihr bestimmt auch noch kriegen, oder? Nee, die kriegt er nicht. Der Thomas fragt sich bestimmt selber darüber. Warte mal. Ähm... Schreit's mal mal kurz an. So. Hallo, Thomas. Hallo, wie geht's Ihnen? Sie hat ein Netzwerkprobleme, wa? Weiß ich nicht. Ich war hier mal ganz kurz eben. Hab geguckt. Ja. Ja. Okay. Das war's. Gut. Darf ich das Video noch hochladen? Mit deiner Stimme hoch? Okay. Gut. Das war's, meine lieben Zuschauer, von diesem Video. Okay. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, haut ein Like drauf. Bei 15 Likes gibt's ein neues Video. In den nächsten Tagen irgendwann. Ciao. Leute. Ja, ich bin irgendwo. Und tschüss. Sag auch dabei tschüss. Willst du noch jemanden grüßen? Na. Na.